Ich hab's seit vier Jahren nicht mehr gemacht. Mein Enkel kann los! Los! Aber ein weiterer, wie das geht. Schau, ich zeig das vor. Von meinem Nokia. Schau mal, von meinem Nokia. Das ist die Sabine, das sehe ich nicht richtig. Ja, das sehe ich auch nicht. Ich hab ja ein Milifon, weil ich hab... Ich kann mir ja keinen Schlau. Heute Tage kosten wir diese iPhone 310 kosten wir heute Tage 12.000 Euro. Das ist der Schafdreck. Die sind auf der Stärken, weil mein Nokia-Telefon kein Iman kaputt macht. Ich schweiße schon auf dem Boden absich. Da steht nicht kaputt. Na rücken! Denkst du, ich bin... Ich bin ein Stadtmensch. Das ist ganz schön, wie mein Enkel gemacht hat. Ich fähr schon wieder hoch. Das ist der Schafdreck. Dieser Schafdreck. Das ist der Schafdreck. Jesus, Maria, was ist mit dir noch? Der ist sehr schnell. Der ist sehr schnell. Der ist noch eine alte Koppel. Filmt uns. Sag mal, spinnst du! Sag mal, spielst du? Soll ich mir eine Anzeige machen? Alter, was hast du denn ins Gehirn? Sag mal. Mach mal das Handy aus. Das Handy aus. Mein Rücken! Ich kann nicht mehr. Pass das Fies weg. Das ist sowieso weg. Pass das Fies weg. Das ist schlimmer als ein Löwe. Ich weiß nicht mehr, was ein Löwe ist. Was? Wo bist du? Wieso hast du so fisch? Woher bist du? Oh, mein Rücken. Wo bist du denn, Tja, Schaf? Mein Tor tut alles. Ich bin alt, ich seh jetzt nichts. Er sagt mir dann noch so. Ich bin alt, ich bin alt.